Musik Heim. Kack! Werst du was es bedeutet? Vom Tod geliebt zu werden? Das ist peinlich. 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 Ey, das ist Pussycat Preutz. Featuring 50 Sven. Ey, Rebecca, was hast du gegen uns gelabert, du Hure? Genau, Rebecca, was hast du gegen uns gelabert, du Hure? Jetzt kriegst du mal einen Text, Mann! Ey, das hast du gegen uns gelabert, ja? Jetzt kriegst du mal nen Text, du, ja, du, ne? Deine Mutter hat nur ein Bein und lässt sich tunneln Ohne Hände, ohne Scheide will sie an sich fummeln Deine Mutter hat ihren Kitzler am linken Zeh Und schluckt mehr, viel mehr als ein 7er BMW Deine Mutter hat vorall die, denn an der Tür steht drücken Sie ist querschnittsgelähmt und wünscht sich Krücken Deine Mutter hat ihre Eier von ihrem Vater geerbt Ist farbenblind und hat sich die Haare gefärbt Deine Mutter schnüffelt Kleber und wird nie clean Aber öfters begrapscht als ein Touchscreen Wenn deine Mutter Kuchen backt, schält die vorher Smarties Oder schabt die Fußböden ab nach Darkroom Party